Nachdenkseiten Die kritische Website Brandrede Die Mainstream-Presse liegt im Sterben. Niemand wird Ihnen jemals wieder zuhören. Ein Kommentar von Tobias Riegel Prominente US-Journalisten wurden vor einigen Tagen bei einer Podiumsdiskussion von einem Aktivisten in einem leidenschaftlichen und polemischen Redebeitrag scharf kritisiert, bis der Kritiker Rüde überwältigt und zum Schweigen gebracht wurde. Die Szene sagt einiges über die Angepasstheit von Medienlandschaften und ihr fragwürdiges Verhältnis zu ihren Kritikern aus. Der Befund lässt sich auch auf viele deutsche Medien übertragen. Manchmal müssen bekannte Fakten noch einmal in leidenschaftlicher Form ausgesprochen werden, um neue Wirkung zu erzielen. So einen Moment gab es vor einigen Tagen an der New Yorker Columbia Journalism School in den USA. Ein Podium mit führenden Journalisten der US-Medien New York Times, MSNBC, Reuters und Washington Post waren vom Aktivisten-Journalisten José Vega in einer regelrechten Brandrede kritisiert worden, etwa wegen ihrer Rolle bei den Nord Stream-Anschlägen. Ein Link zu dem Video folgt weiter unten. Die angebrachte Kritik lässt sich auch auf viele deutsche Medien übertragen. Wer unter vielen Themen bei Corona, beim Ukraine-Krieg und bei den sozialen Fragen so angepasst handelt oder bei der Meinungsmache sogar noch über den Regierungskurs hinausgeht, der verliert seine Relevanz als angeblicher Kontrolleur der Macht. José Vega beschreibt sich laut US-Medien als libertärer Aktivist. Die New York Times oder Politico beschreiben ihn laut Medienberichten als Verschwörungstheoretiker. Der genaue politische Hintergrund von Vega ist mir nicht bekannt, aber sein jüngster Auftritt kann unabhängig von anderen, möglicherweise problematischen Äußerungen als inhaltlich treffend und im Vortrag leidenschaftlich gewürdigt werden, auch wenn er mir formal teilweise zu polemisch ist. Die Nichtreaktionen vom Podium auf die Kritik und die rüde Art, wie Vega schließlich von Sicherheitsleuten niedergerungen und zum Schweigen gebracht wird, diese Szenen finde ich sehr entlarvend und sie sind bedenkliche Zeiten der Zeit. Vega sagt unter anderem, Da dies eine Veranstaltung zu Politik und Presse ist, sollten wir nicht über Nord Stream sprechen, schließlich ist es die größte Geschichte des Jahrhunderts. Sie haben den Chefredakteur der New York Times hier, der mit einer erfundenen Story herauskam, um Samer Hirsch zu blockieren. Auf dem Podium würden Vertreter von Zeitungen sitzen, die einst die Pentagon Papers, Millai und Watergate bekannt gemacht hätten. So Vega aber. Gibt es etwas, das sie in den letzten 20 Jahren richtig dargestellt haben? Irak? Falsch. Syrien? Falsch. Russiagate? So richtig falsch. Die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Um ihren Ruf wieder herzustellen, sollten die betreffenden Journalisten etwa zugeben, dass es eines Leaks bedurft habe, um zu erfahren, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy habe Moskau bombardieren wollen. Hier finde ich seine Argumentation nicht ganz schlüssig. Wie hätten die betreffenden Medien ohne die Leaks über die Vorgänge berichten sollen? Anschließend nimmt Vega sehr treffend Doppelstandards aufs Korn. Während Julian Assange im Gefängnis verortet, haben sie alle fette Schecks bekommen. Er ist im Gefängnis, weil er ihre Arbeit gemacht hat. Zur Kündigung des Kommentators Tucker Carlson durch den US-Sender Fox News sagt er, Tucker Carlson ist kein Samor Hirsch, aber er hat etwas getan, vor dem sie Angst haben, nämlich die Wahrheit zu sagen und den Krieg tatsächlich zu hinterfragen. Deshalb wurde er von Fox gefeuert. Dann setzte Vega zu einem vernichtenden Urteil an, allerdings in einer zugespitzten Sprache, die ich als grenzwertig empfinde. Sie sind alle Feiglinge, jeder einzelne von ihnen. Niemand von euch hatte irgendeine Relevanz. Und wissen Sie was? Die Mainstream-Presse liegt im Sterben. Niemand wird ihnen jemals wieder zuhören. Sie haben keine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. Die einzigen, die sich für ihre Aussagen interessieren, sind elitäre Arschlöcher, die nichts Produktives mehr zu sagen haben. Und das stirbt aus. In der gezeigten Szene gibt es vom Podium den Versuch der Beschwichtigung. Inhaltlich sind die prominenten Damen und Herren von der US-Presse auf die drängenden Fragen des Aktivisten nicht eingegangen und auch nicht auf die zusätzlich angesprochenen Sozialisten, die im Gefängnis sitzen, weil sie den Krieg kritisiert haben. Angesichts des atemlosen Vortrags des Redners und Unterbrechungen von seiner Seite war es für die Journalisten auf dem Podium aber auch schwierig, etwas zu entgegnen. Die überwiegend sture Sprachlosigkeit des Podiums spricht andererseits für sich. Das Problem wurde schließlich gelöst. Weger wurde rüde überwältigt und zum Schweigen gebracht. Ende der Debatte. Hier folgen Links zu Videos von der Szene und zu einem Tweet von Weger. Einschränkungen? Ich weiß nicht, ob das Video möglicherweise geschnitten ist. Und man weiß nicht, wie die Debatte weiterging, nachdem der Aktivist überwältigt worden und die hier gezeigte Szene beendet war. Etwa, ob sich das Podium dann doch noch zu Vegas Auftritt geäußert hat. Das passiert, you know. Ich meine, did you even acknowledge Seymour Hersh? All of you are executive editors of papers that broke Pentagon, Meili, Watergate. Ist das die same papers oder nicht? Ich meine, ist da nichts you've gotten right in den letzten 20 Jahren? Oder am ich mistaken about that? Ich meine, es ist einfach so funny. Because Iraq, wrong. Syria, wrong. Russiagate, wirklich wrong. Okay, ich meine, die list goes on und auf. So, the last thing you could do to try and actually fix your reputation is acknowledge that through leaks we had to find out that Zelensky was going to bomb Moscow on the anniversary. I mean, if you're so impartial, shouldn't you at least say, right, that Zelensky was going to bring us on the verge of World War III? See, that seems pretty fair. While Julian Assange rots in prison, all of you got, you know, fat checks. Because he's in jail for doing your job. And you know what? Tucker Carlson ain't no Seymour Hersh. But he did something you guys are scared to do. Speak the truth and actually be critical of the war. Which is why he was actually fired from Fox. Because you are all cowards. Every single one of you. None of you have actually had any relevancy. And you know what? The mainstream press is now dying. Nobody's ever going to listen to you again. You have no credibility with the public. The only people who care about what you have to say are elite assholes who have nothing productive to say anymore. And it's dying off. So, will you at least say something? Either about Nord Stream or Ukraine or the fact that Zelensky brought us to the verge of World War III and the only reason we knew about that was through leaks? Go ahead. It's a free speech event, right? You guys are the press. Let's say something here. Mr. Khan, come on. You know, you're the executive head of the New York Times, you know. I'm just trying to get into some good trouble here, man. Listen, Karen, get out of my face for a second. I got to talk to these gentlemen. Well, I just want to hear what they have to say. Go ahead. I'm done. Wait your turn. You know what I'm telling to you. Wait your turn. You could project if we can't. I would just say, I think it's important to hear everybody's point of view. Yeah. So, thank you. All right. I do think that we need to give our moderator a chance to ask other questions. We're on the verge of World War III. We're not doing that. We're not doing that. Let's go. Let's go. Say something about this bombing. We blew up the Nord Stream pipeline. Let's go. Listen, don't stand there while there are people rotting in prison. Nobody said anything about Uhuru, right? The socialists who are in jail for being critical of this war? God damn it. Let's go. Let's go. At least say something about the people in jail for being critical of this war. They don't deserve to be in prison right now. This audio could only exist, because many readers and readers can support and support them through Spenden. If you want to do something, click on the right button on our website. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und Sie können uns auch mit Ihnen wenn Sie being宜